Oh mein Gott! Das ist eine sehr kleine Flasche. Warum kommt das zu spät? Haben die das jetzt aus Hottchen gemalt? Jetzt will ich die spät. Wir wissen auch, dass die Grenzaun hier hingebaut haben. Wir gucken ja nicht aus Lenn. Wir gucken ja nicht aus Lenn. Wir gucken ja nicht aus Lenn. Aber der Opa hat schon gesagt. Wieso mit Waffen? Er hat gerade erst aufgestanden. Er hat gerade erst aufgestanden. Setz dich mal nicht hier. Leiste mal. Saubwachte! Stuhl! 2.1! Hey, Axel, wenn du nicht so gut bist. 3.1! 3.1! 3.1! 4.1! 8.1! 4.1! 10.1! 10.1! 10.1! 10.2! Der Grill muss auch brennen. Das ist das, was wir kurz sagen, dass wir uns komponieren, zu den Massenstarten dokumentieren. Das ist genau, doch bitte! SPANNENDE MUZIEK Da winkt da drüben so hier beim nächsten Mal, wo auch ein Mutanz ist, da hört sich gegen seine Fresse. Was hast du das letzte Mal gemacht? Ich nicht, ich nicht. Ich habe euch mitgebracht. Ja, ich habe euch mitgebracht. Ja, ich habe euch mitgebracht. Ich stelle jetzt sofort, Sportband. Ja, ich habe euch mitgebracht. Ja, ich habe euch mitgebracht. Ja, ich habe euch mitgebracht. 2-0 für unsere Ausdruck. 2-0 für unsere Ausdruck. 2-0 für unsere Ausdruck. Und mehr als laut. 2-0 für unsere Ausdruck. Ja, 6-0! 2-0! Hey, Max! 2-0 für unsere Ausdruck. 3-0 für unsere Ausdruck. He 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 he, okay? Ich glaube, bei Morbel, dass die Klappe aufkommt. Ich weiß nicht, dass die Batterie lehrt. Ey, da darfst du aber auf einmal zwei auf. Du kommst nicht näher. Ja, das ist ja schön. 거야 und faNE. Das ist ja schön. Ja. Früher giorno jeden auf und noch Parentheskinder. Ja, das ist auch richtig. Ja, das ist auch voll gut. Anna ist das. Lo, 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 lo lo, 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 lo! Was ist der Ruhigswürde? Was ist er? Geh es zurück, aber... Das ist gar lieb. Du musst die hören. Ey, ihr seid nicht ein Flüchtling. Ey, was bringt es hier von der Aktion? Leute, jetzt halten wir uns nächstes mal. Ich kriege noch die Führung, den Kopf ist jetzt anders. Ey, das war die Leute, du Pfarrer, ey, du warst voller in eure Kasse mit dem Pfeuch bei euch. Aber warum da die Atmosphäre, da ist das, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun, was wir tun. Also bei Thomas war es nicht, der Bolle, beim zweiten habe ich nicht geblieben. Das darf ich mit allem beten, ey, ja, aber da muss man nicht wohnen, Entschuldigung, kein Quatsch, wir müssen alle arbeiten, wir machen das Blödsinn. Wir sind die Blauen, wir sind die Reise, wir sind hier auf alle Scheisse, wir feiern hier, wir feiern dort, Schüt! Vielen Dank. Vielen Dank.